So, mein Laufwerk ist vollgelaufen und jetzt läuft alles wieder, hoffe ich doch. Irgendwie geschafft. Ich habe geguckt, dass ich mache alles am Stück, also da bin ich dann wirklich so und auch wenn jetzt die Aufnahme zwei Stunden lang wird, dann soll es einfach so sein. Hä? Ach, ich muss hoch. Ja, sagt mir das doch einer. Bäm. DNA und Erinnerung gescannt. Upload vollständig. Quarantäne für Objekt Klee Kanschmarek. Wir sind nichts. Es ist dann wirklich so, wenn ich den letzten noch finde, dass mir nur noch für einer... Donnerstag, 27. Januar, 2011, 14 Uhr. Hi Klee, hier ist dein Dad. Nimm den Hörer ab. Ich weiß, dass wir lange nicht geredet haben. Ich repariere gerade die Terrasse. Es schweine heiß hier. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ruf mich an. Sag mir, dass es dir gut geht. Finde ich hier noch das letzte Fragment. Dann würden wir wirklich... Dann würden wir in einem Level oder in höchstens zwei was fehlen. Und wenn nicht, fehlt es mir hier auch noch. Aber ich kann hier gar nichts bauen. Hier ist auch keins. Boah. Boah. So. Hab mich das Teil gerade erschrocken. Boah. Gott. Fickt euch. Uuuh. Ist es jetzt... Ist es vorbei? Ja, es sieht so aus. Oder auch nicht. Doch. Es ist vorbei. Die Endlosschleife. Erinnerung 1. Das Ende ist nur der Anfang. Was ist das jetzt? Joop. Das heißt, ich kann das jetzt beenden. Hier sind wir fertig. DNA. Der Orden. Abstergo. Erinnerung 6. Die Wahrheit. Und das Ende. Der Straße. Eventuell werde ich das mal nachreichen. Das liegt an euch, ob ihr das sehen wollt. Und wir sehen uns... Ansonsten... Wenn... Nicht... Mal gucken. Vielleicht mache ich es doch noch. Weil wegen 100%. Naja, mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Aber jetzt reicht es mir momentan. Ich will da auch kümlich bei euch fürs Zusehen. Sag, tschau, tschau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's play Assassin's Creed Revelations. Mit dem... Mit... Normal. Klettern. Kämpfen. Meucheln. Und so. Bis dahin. Tschau, tschau.